Hallo, es ist Liatzhausen4 mit einem neuen Video. Wenn ihr dieses Video angeklickt habt und euch für Fußball und den FC Bayern München interessiert, dann habt ihr in der letzten Zeit vermutlich dieses Video auf TikTok gesehen. Masraoui, gegen Masraoui, der rutscht da weg, Moja mit der Hand dran! Spielt den da raus, Wolf und rausgeschlagen, 10 Sekunden noch. Adeyemi nimmt ihn runter, Sané läuft ihn an, Sané läuft ihn an, Adeyemi hereingangt! Aber Schlotterbeck ist da, kann den im Spieler, Schlotterbeck hält den im Strafraum. Hereingabe, jetzt vor's Tor gedreht, nein, nein! Mo, der ist mit dem Ausgleichstreffer, ich krieg das Kotzen, Mann! 90 plus 4, was ist das denn für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Ich krieg das Kotzen, Mann! Das Video hat 450.000 Aufrufe, 50.000 Likes, über 2.000 Kommentare. Mein Ausraster, als Dortmund in der 95. Minute 90 plus 5 noch den Ausgleichstreffer gegen den FC Bayern München erzielt hat. Und die Quelle wurde auch angegeben, YouTube Liha2004. Allerdings wurde nicht der Hashtag Liha2004Cuts benutzt. Und ich hab's euch schon häufiger mal erzählt, dass ihr mit diesem Hashtag Liha2004Cuts auf TikTok, Instagram, YouTube Shorts und so weiter und so fort eure Clips von meinen, meine Clips verbreiten könnt. Aus Streams, aus Videos könnt ihr alles benutzen, was ihr möchtet. Der Hashtag Liha2004Cuts steht kurz vor 700.000 Aufrufen. Und wenn ihr das jetzt hier mal eingeblendet seht, wenn man so durchscrollt, da sind auf jeden Fall schon einige Aufrufe, einige Clips auch von den verschiedensten Usern hochgeladen worden. Natürlich absolut beide hier mit zwei richtig fetten Clips. Und ich hab auch zwei Clips selber dazu hochgeladen oder einen, ein paar hab ich auch wieder runtergenommen. Aber in diesem Video möchte ich euch dazu animieren, sag ich einfach mal, dass ihr jeden Clip aus jedem Video, aus jedem Stream könnt ihr jeglichen Content von mir rausschneiden und auf TikTok, Instagram, YouTube Shorts hochladen. Benutzt den Hashtag Liha2004Cuts und ich würde sagen, wenn der Hashtag, ich weiß nicht was eine gute Zahl ist, aber vielleicht wenn der Hashtag eine Million Aufrufe reicht, da fehlen jetzt noch 300.000 dann, dann könnten wir mal einen Stream machen, in dem wir uns dann alle geilen Clips angucken und einfach alle Clips unter diesem Hashtag durchgucken und gucken, was es da so Geiles gibt. Ich hab schon echt ein paar richtig, richtig geile kreative Sachen gefunden. Die ersten paar, die ersten paar Clips hab ich dann auch schon mal den Link in diesem YouTube Community Tab geteilt, dass sich die Leute das angucken können und dann würden wir einfach mal, wenn richtig viele geile Clips da sind in dem Stream und sie zusammen angucken, zusammen bewerten und das ist natürlich dann auch ein kleiner Push für alle Leute, die das hochladen. Es gibt auch schon Liha2004StreamHighlights, ich glaube auch Liha2004Highlights, kanale Accounts auf TikTok. Wenn ihr es nicht auf eurem eigenen Account hochladen wollt, dann gerne einfach einen Account extra dafür erstellen, das geht ja ganz, ganz fix. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch mit meinem Account, liha2004Highlights bei TikTok, reposte ich oder erneut veröffentlichen heißt es da ja, erneut veröffentliche ich da ganz fleißig die geilen Clips, die ihr da hochladet. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr da Clips und Ausschnitte aus meinen Videos und Streams, vor allem Streams natürlich geil mit den Ausrastern, den Torsten, da kann man echt viele coole Sachen machen. Ihr könnt den Clip einfach nur so hochladen, ihr könnt auch noch ein bisschen editieren. Richtig, richtig coole Sachen gibt es da schon, deswegen würde mich sehr freuen, wenn ihr da fleißig Clips hochladet. Wenn ihr was gemacht habt, dann schreibt gerne euren Username in die Kommentare, dann checke ich das auf jeden Fall auch schon mal ab. Hashtag Liha2004Cuts, ganz, ganz wichtig, das dabei dann in die Beschreibung zu schreiben, diesen Hashtag. Das war es von diesem Video. Haut rein. Ciao, ciao. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020